hallo ich bin der chris von toured stripes foto und aufbauend auf dem video von gestern wo ich euch den zusammenhang von blende belichtungszeit und iso erklärt habe möchte ich euch heute zeigen wie man dann das ganze in der praxis an der kamera anwendet das ganze könnt ihr eigentlich bei jeder kamera anwenden die einen manuellen modus modus bietet und auch eine belichtungsanzeige beziehungsweise eine belichtungswaage wie gesagt ich bin jetzt hier im manuellen modus und hier seht ihr die belichtungswaage wenn ich jetzt den auslöser halb durchdrückt dann zeigt mir die belichtungswaage auch schon an was sie misst und zwar misst sie dass das bild ein wenig zu hell ist ich bin jetzt hier auf 1 80 von der sekunde f 5.6 als blende und iso 1600 und jetzt kann ich damit das bild korrekt belichtet wird also sprich dieser strich hier auf der null landet kann ich die belichtungszeit anpassen und da gehe ich jetzt hier auf eine 125 sekunde und jetzt zeigt mir die belichtungswaage an dass das bild wenn ich es aufnehme korrekt belichtet wird wenn ich jetzt zum beispiel offenblendiger fotografieren will stellen wir mal eine blende von 2.8 ein dann zeigt mir die belichtungswaage dass ich viel zu helfen also zwei blenden zu hell wird das bild rauskommen jetzt habe ich eingestellt in 125 still wie vorher mittelt blende 2 8 und iso 1600 und ich bin zu hell heißt für mich jetzt ich gehe mit der iso runter damit ich weniger bildrauschen habe weil 125 still reicht mir hier vollkommen weil ich habe ein 50 mm objektiv drauf auf einer vollformat kamera heißt ich brauche ungefähr einen 50 stil von der sekunde damit ich das bild vermutlich verwackelungsfrei aufnehmen kann also gehe ich hier auf meine iso und gehe mal auf iso 800 und jetzt bin ich noch eine blende zu hell heißt ich kann noch weiter runter und zwar auf iso 400 und jetzt zeigt mir die belichtungswaage an dass das foto korrekt belichtet wird der strich steht auf der null ich habe iso 400 blende 2.8 und 125 still die blende so wie ich sie wollte und die belichtungszeit ist ausreichend schnell um das foto verwackelungsfrei aufzunehmen dann möchte ich euch noch kurz die verschiedenen messmodi zeigen die jetzt zum beispiel die canon 6d bietet aber auch die 60d die grad filmt hat auch die gleichen messmethoden zum einen gibt es die messmethode mehrfeldmessung das heißt einfach die kamera nimmt zur belichtungsmessung den ganzen bereichert der grad anvisiert wird und rechnet dann eben was die korrekte belichtung wäre dann gibt es die selektiv messung die misst dann hauptsächlich im mittleren bereich vom sucher bild also bei mir jetzt mal live schaltet die misst dann halt eher was jetzt hier der kreis von der wasserwaage ist und für den bereich und gewichtet danach die belichtung dann gibt es noch die sportmessung die sportmessung da wird quasi nur ein kleiner teil des bildes oder des bildausschnitts gemessen das nehme ich jetzt zum beispiel her wenn ich landschaften fotografiere und das sind wolken zum beispiel drauf dann messe ich die wolken an und stellt die belichtung so ein dass ungefähr eine blende bis zwei blenden überbelichtet ist also gerade so an der grenze zum ausfressen also dass gar keine bildinformationen mehr da sind und aber eben wie gesagt gerade von der grenze also es sind dann schon noch bildinformationen da die man dann mit lightroom wieder rausholen kann und bei den schatten kann man es dann ähnlich machen da kann man dann zum beispiel auch auf eine blende unterbelichtet oder zu blenden unterbelichtet gehen eben gerade so dass noch bildinformationen da sind die man nachher wieder mit der software rausholen können und da eignet sich eben die sportmessung da wird da kann ich eben direkt auf die wolke oder auf den schattenbereich zielen und die belichtung messen und die mitten betonte messung ist auch wie die selektiv messung hauptsächlich auf die mitte bezogen aber da ist der bereich noch mal größer und die außen bereiche werden auch noch zur belichtungs messung mit herangezogen genau das war es eigentlich zur einstellung im manuellen modus eigentlich nicht schwer wenn man es mal gewohnt ist und auch verstanden hat wie über die drei sache iso belichtungszeit und blende zusammenhängt kann man wie gesagt mit so ziemlich jeder kamera machen die eben eine belichtungswaage und einen manuellen modus bietet und dann könnt ihr auch mit einer kompakten oder mit einer systemkamera recht kreativ fotografieren ich hoffe das ganze war für euch verständlich hat euch spaß gemacht wenn ja lasst mir einen daumen hoch da ihr könnt euch auch gerne noch das video von gestern anschauen falls noch nicht getan wäre natürlich sinnvoll wenn man es zuerst anschaut als einsteiger wünsche ich auf alle fälle noch einen schönen tag macht's gut bis bald